Aktiviere die Glocke! Was extrem krasses aus diesem Spiel wird, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, das wird sich zeigen, aber ich habe jetzt schon um die zwei Stunden gespielt und ja, es spielt sich tatsächlich ganz gut. Ganz gut klingt auch erstmal ganz gut, aber mehr ist es halt eben auch nicht. Es ist jetzt kein herausragendes neues Shooter-Erlebnis oder eine noch übertriebener ausgedrückt Neuerfindung des Flaggen-Einnehmen-Shooter-Genres. Nein, aber das muss es ja auch gar nicht. Meiner Meinung nach ist es cool genug, dass man eine Alternative zu anderen Shootern hat. Denn mehr Auswahl auf dem Shooter-Markt ist ja nichts Schlechtes, wie ich finde. Auswahl hat man auch nach wie vor in den Customization-Optionen. von World War 3, denn es ist möglich, seinen Charakter anzupassen, seine Waffe anzupassen, eigentlich so gut wie alles anzupassen. Ob man das jetzt immer in diesen sekundenschnellen Reaktionsmomenten auf dem Schlachtfeld so sieht, I don't know, aber immerhin schöner als Spezialisten aus so einem anderen Spiel, nicht wahr? Nein, okay, ich will ja mal nicht so sein. Ich finde, seit der Season 3 kann man Battlefield 2042 eigentlich einigermaßen gut spielen. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, es geht ja hier um WW3 und unter anderem auch um den Battle Pass in WW3. Und der ist, wie ich finde, ziemlich grindy. Bitte versteht mich nicht falsch, ich finde es gut, wenn man Dinge hat, die man freischalten kann und dass es auch eine gewisse Zeit dauert. Aber wow, ein Beispiel. Die QBZ hat den Weg ins Spiel gefunden. Die würde ich jetzt auch ganz gerne mal so langsam spielen. Freischalten kann ich sie, wenn ich Battle Pass Level 28 erreiche. Nun, wie eben schon erwähnt, habe ich bis jetzt ca. 2 Stunden gespielt und bin bei Battle Pass Rang 1. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch mache oder ob es mit dem Premium Battle Pass ein bisschen schneller geht, aber Geld dafür ausgeben, nee, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Also erstmal weiter auf den neuen Maps spielen. Es gibt zwei. Einmal DMZ, ja, genauso wie in Call of Duty, DMZ, Demilitarist Zone und Gobi Temple. DMZ ist im Tactical Ops Modus spielbar, Gobi Temple leider nur im Team Deathmatch Modus. Und falls ihr euch gerade fragt, was ist Tactical Ops, das ist sozusagen der Conquest Modus in WW3. Also ähnlich wie in Battlefield, Flaggen einnehmen und verteidigen. Alright, so, dann lassen wir mal gucken, ob wir hier reißen können auf der Map. Oh, da ist eine Helikopter Drohne. Down. Es gibt leider noch immer keine richtigen Helikopter, die man selber so richtig fliegen kann, halt wie im Battlefield. Es gibt leider immer noch nur diese Helikopter Drohne. Ist für mich sehr schade, ich bin ein absoluter Helikopter Flugfan, den zu spielen. Oh, shit. Da treffe ich so nicht. Vehicle Hit ist leider nicht down gegangen. Bisschen Unterdrückungsfeuer abgeben, das finde ich, by the way, ist mitunter die geilste Erneuerung bezüglich Movement, dass man die Waffe so zur Seite kippen kann, ob man jetzt einen Scope an der Seite hat oder nicht. Gerade in so Close-Combat-Momenten ist das wirklich ultra nice. Also, ich habe die Map bis jetzt noch nicht so übelst krass gespielt, aber, ja, grafisch kann ich auf jeden Fall schon mal was dazu sagen. Ich finde, sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Ist jetzt nicht eine ultra herausstechende Grafik, aber ich finde, das sieht alles extrem schön aus, tatsächlich. Also, sehr stimmig. Ob sie jetzt auch Game-Design-mäßig überzeugen kann, weiß ich nicht. Dafür habe ich sie, glaube ich, zu wenig gespielt. Ich habe jetzt am allermeisten diese Tempel-Map gespielt, im TDM-Modus. Aber egal. 25. Enemy Vehicle Hit. Boah, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich denke, ihr hört das. Weiß auch nicht. Das nervt ein bisschen. Ich hoffe, euch stört das gerade nicht. Oh, scheiße. Oh, fuck, der ist ausgestiegen. Aber ich liebe zum Beispiel diese Animationen, dieses auf den Rücken schmeißen und so und dann nach vorne gucken. Man sieht seine Beine und seine Füße. Das ist ja nicht wirklich in jedem Shooter der Fall. Und für mich ist das immer so ein kleines Detail. Darüber freue ich mich irgendwie. So, Dieploi. Gucken, was jetzt hier so abgeht. Ich habe heute auch nicht wirklich so einen Shootertag. Ich weiß auch nicht. Ich treffe Scheiße. Ich muss einfach sagen, ich treffe heute echt beschissen. Deswegen, ja, erwartet jetzt bitte kein übertrieben gutes Gameplay. Ich wollte einfach jetzt einfach random aufnehmen, um das Video einfach fertig machen zu können. Oh! Da habe ich versehentlich noch den Mate mit angeschossen. Team Damage ist, by the way, an. Also, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen. Aber diese Map hier wünsche ich mir tatsächlich in Battlefield 2042. Das wäre doch mal was. Genug Deckung, geiles Design. Oh Mann, ich glaube das ist... Unterdrückungsfeuer! Das ist so nice, mit dem Waffe an die Seite kippen, ey. Das geht auch, glaube ich, im neuen Call of Duty. Ja, ja, mit irgendeinem Laser geht das auch. Keine Ahnung. Vergessen welcher Laser. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Achtung! Immer schön aufpassen, weil, wie gesagt, Team-Schaden ist an. Ich merke immer wieder, wenn ich das Spiel so ein bisschen langsamer spiele und nicht einfach reinrenne wie in einem Battlefield, dann... Oh shit, ouch. Dann funktioniert es anscheinend auch nicht. Alter. Die Waffe, die ich hier habe, ist jetzt auch nicht unbedingt die allerbeste. Aber die ist von vornherein so ein bisschen equipped mit einem Scope und einem Laser. Von daher spiele ich die jetzt gerade. Laser habe ich meistens aus, damit man den im Gebäude nicht so gut sieht. Kann man hier nicht... Ah doch, nice. Mhm, mhm. Oh. Okay, das war ein bisschen Gameplay aufgenommen auf der DMZ-Map. Und das hier im Hintergrund ist die Gobi-Tempel-Map, die eben halt nur im Team-Deathmatch-Modus verfügbar ist. Ich schneide auch mal ein bisschen Gameplay-Material rein. So. Das passt alles. Let's go. Unterwegs auf der TDM-Map. Mal gucken, was so abgeht. Dieser Sandsturm dort hinten, der kommt leider nicht über die Map. Es wird ein bisschen anders auf der Karte später von der Stimmung her. Aber so richtig, dass man gar nichts mehr sieht, das ist leider nicht so. Aber ich finde auch diese Map grafisch sehr, sehr schön und auch die Stimmung ist genial. Da muss ich echt großes Lob aussprechen, hat der Map-Designer seine ganze Arbeit geleistet, wie ich finde. Mir gefällt die Map sehr gut. Sogar so gut, dass ich mir wünschen würde, dass noch eine große Version kommt für den Conquest, also für den Tactical Ops-Modus. Aber ob das so sein wird, I don't know. Ich denke eher nicht. Und wenn doch, dann freue ich mich. Also World War 3 ist ja mittlerweile tatsächlich eigentlich einigermaßen gut spielbar. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen stört, sind immer noch die Sounds. Weil ich finde, die klingen einfach wie, weiß ich nicht, wie Plastik. Also sehr blechern, sehr, naja. Mir fehlt das richtige Wort. Nicht immersiv, könnte man vielleicht sagen. Aber naja, das ist ja vielleicht auch Geschmackssache und so schlimm, dass man jetzt deswegen das Spiel nicht spielt, finde ich es jetzt irgendwie nicht. Also vom Sound-Design der eigenen Sounds her. Aber ich finde es halt immer ein bisschen problematisch, wenn man zum Beispiel Panzer nicht bemerkt, weil die so leise sind. Und da könnte nochmal ein bisschen was dran gedreht werden. Aber naja. Irgendwo. Ja, da waren Steps, definitiv. Mal eine Granate reinwerfen, vielleicht kommt da noch was nach. Ich habe leider keinen Medipack mehr jetzt am Start. Scheiße, das habe ich schon vorhin schon irgendwo hingeworfen. Jetzt ist eh Halt gerade hoch, von daher ist es egal. Oh, ah, das ist ein Mate, okay. Jetzt sind aber noch Steps. Ich spiele, by the way, gerade mit dem M417-Gewehr. Das hat ziemlich Power. Ziemlich Druck. Dafür aber nur 20 Schuss und schießt sehr langsam. Aber ich glaube, man kann auch später Magazine freischalten, die mehr fassen. Aber diese Angabe ist ohne Gewehr. So, jetzt hat sich die Map auch so ein bisschen verändert. Der Sturm ist näher gekommen, aber so bleibt es, glaube ich. Also mehr habe ich bis jetzt nicht erlebt. Aber hey, immerhin. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ah, ich werfe mal eine Granate. Ich glaube aber nicht, dass die irgendwas trifft. Das war nur ein Assist. Kein Granaten-Hit oder sowas. Mhm. Shit, 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 shit. Deckung, Deckung, Deckung. Gott sei Dank genug vorhanden auf den Maps. Da hinten war noch ein Gegner. Na? Ah, da war ich jetzt. Da habe ich ja komplett daneben geaimt. Einfach viel zu langsam gewesen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, sich über den Boden so ein bisschen rüber zu robben. Oh, Gegner. Glaube ich schon down. Ja, okay. Also ohne Laser ist dieses Waffelehnen vielleicht auf die Distance nicht unbedingt schlau. Wieso mache ich das? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Der Gegner ist anscheinend in diesem Gebäude. Ich schleiche mich dorthin. Ich höre Schüsse. Und er ist weg. Klassiker. Uh. All right. Oh, guck mal bitte dieses Detail. Der hat mir einfach den Helm runtergeschossen. Oder die Cappy. Hör mal. Hör. Granate. Peng. Um. Um. Hat nix gebracht. Toll. Ach so. Ja gut. So. Ich denke, das reicht erstmal so als kurzer Eindruck in die neue Season oder in die Operation One Red Line. Wie auch immer. Wenn ihr Bock habt und das Spiel habt oder auch nicht, ladet es euch runter. Es ist kostenfrei auf Steam erhältlich. Und ja. Daumen nach oben. Würde mich absolut freuen. Das war gerade so ein richtig altes Männergeräusch. Beim Einatmen dieses. Ja. Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ein Kommentar auch. Hilft anscheinend dem Algorithmus. Und ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Daumen nach oben. 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 Daumen nach oben.